Herzlich Willkommen beim Gastronaut Kurt Höller hier Kurti on Tour bei Windige. Ein bisschen auf die Seite hier ist wieder so windiger. Heute am 15. Juli 2020. Eigentlich hätte man 30 Grad gebraucht, aber heute hat es 15 Grad. Wo ist der Kurt? Beim Fischer. Fischer in Inning, in Stegen, hier am wunderschönen Ammersee. Ammersee, der im Schatten vom Starnberger See liegt, 50 Kilometer weg von Murnau, sprich hier an der A96 gelegen, gibt es hier ein tolles Ausflugslokal. Ein Freund von mir macht es, der Martin Rieb mit seinem fantastischen Team. Mit seiner Heidi, die ihm den Rücken frei hält, gibt es hier einen tollen, sensationellen Biergarten. Hinten eine Winterlounge, da ist es auch im Winter, ist es zugebaut. Da kann man also dann auch drin sitzen. Jetzt ist bloß ein Dach drüber und dann ein Restaurant des Fischer. Wunderbar, wir schauen gleich einmal rein, das zeige ich euch. Und hier gibt es also den SB Biergarten hier. Da könnt ihr mal herfahren. Fischer am Ammersee. Hier der fantastische Blick auf den wunderschönen Ammersee und die Winterlounge. Wenn ich den sehe, brauche ich kein Meer mehr. Welch ein toller Slogan. Wir schauen einmal auf die Speisekarte. Der Küchenchef hier, Pfiffiger, der hat hier gelernt, habe ich gerade zuerst kennengelernt. Ich habe gerade gegessen ein Schwertfisch-Civice-Radieschen-Avocado und gibt hier viele Sachen. Fitnesssalat, rosa Kalbschiffstieg, geräumte Ofenspitzkohl. Genau. Dann schauen wir mal kurz rein. Weinkompetenz, hier gibt es auch einen Online-Sop. Da kann man mal schauen. Fischer, kann man sehen. Hier das motivierte, engagierte Team. Blick ins Restaurant. Alles gut. Ganz ehrlich geöffnet. 363 Tage. Der Radu darf mal reinschauen hier. Radu, bleib kurz da. Ja. Genau. Seit wann bist du hier, Radu? Ich bin da seit, ja, einem Jahr und ungefähr. Was? Genau. Was motiviert dich hier zu arbeiten? Was motiviert mich? Ja, die Lage. Die Lage? Genau, die Lage. Und ja, ich bin allgemein zufrieden. Allgemein zufrieden? Ja, genau. Also es wäre jetzt nichts, was mich hier stört oder so. Genau. Die Leute sind auch ganz oft nett und ja. Die Leute meinst du das Team und der Chef oder? Ja, also allgemein auch Gäste und unsere Kollektive und so. Habe ich nirgendwo so erlebt, wie das sie ist. Aha. Was ist genau der Unterschied, was man erlebt? Was ist da anders? Ja, dass wir halt miteinander arbeiten können und ja, nicht gegeneinander arbeiten, aber zusammenarbeiten. Miteinander, genau. Und das ist nicht in der Gastronomie selbstverständlich. Gutes Teamfeeling praktisch. Ja, genau. Das ist hier aber schon. Wie lange machst du schon Gastronomie insgesamt? Äh, insgesamt, ja, seit der Lehre. Ah, okay. Elf Jahre. Welche Nationalität bist du? Ja, Slowakei. Slowakei. Gut. Seit anderthalb Jahren hier. Ja gut, hier kann man sich auch entfalten, gell? Der Chef lasst einen so, wie es, wie jeder so ist. Ja, also mit dem Chef kann man auch vernünftig reden. Genau, ist gut. Genau. Ist auch ein guter Mensch. Und Rado. Glückliche Mitarbeiter machen glückliche Gäste, heißt es immer. So ist das. Vielen Dank, Rado. Sehr gerne. Danke dir. Ja, da kommt sie mal her, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr in das Fischer am wunderschönen Ammersee. Und herzliche Grüße, euer Gastronaut Kurt Höller sagt Servus.